Es gibt viele tolle Tauchgebiete auf der Welt. Eines der schönsten und größten ist das Great Barrier Reef, welches nordöstlich von Australien liegt und eine Länge von über 2300 Kilometern hat. Es wurde im Jahre 1770 entdeckt und im Oktober 1981 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Korallenriffe sind sehr empfindliche Ökosysteme. If you want to find out more about the Great Barrier Reef, check out our app. You can also practice what you've learned with our interactive exercises. We'll see you next time.